So, schauen wir mal, was man da machen muss. Das machen und jetzt? Aha! Du kannst jetzt warten, ich muss jetzt auch zuerst das machen. Da ist auch noch einer. Ja, ich glaube es ist erst da oben. Und jetzt? Seht doch da oben etwas, kommt doch nicht da oben. Hm. Äh! Ich muss jetzt einmal unterschlagen. Ich gleich verglüpft. B, dann ist B. Dann ist B. B. So. Das ist nicht so schlimm. Ich habe die Arbe. Ich habe die Arbe. Aha. What the hell? Pfff. Ehm. Okay, okay, okay. Okay. There's nature. It's got to go. It's got to go. I procrastinate. That's great. That's good. Jetzt glaube ich, was er... D. Okay. Ich bin nicht dumm. Es rätselt lösen. Haha. Ich bin nicht dumm. Ich bin nicht dumm. Ich bin nicht dumm. Ich bin nicht dumm. Ich bin dumm. Ich bin nicht dumm. Ich bin 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 dumm. Da muss ich da rüber. Ich habe eine Idee. Push, push, push. Run, push, push, push. Easy. Da habe ich eine Kugel. Pfff! Aha. Am Anfang an würde es richtig machen. What the hell? Hä? Ich habe es gerauft. Ich habe es gerauft, weiß ich noch nicht. Oh, das ist wieder ein verratsel. Na. Na. Ich weiss, was ich jetzt mache. Ich wollte vorher schon so machen, aber hat das nicht funktioniert? Das ist ja auch nicht. Ich glaube, das Rätsel machen wir nächstes Mal weiter.